Im Namen von Comunado möchte ich Sie zum diesjährigen Confluence und Jira Community Day am 20. September 2012 nach Frankfurt am Main einladen. Auch in diesem Jahr erwarten uns wieder eine ganze Reihe spannender Best-Practice-Vorträge von namhaften Unternehmen wie zum Beispiel Daimler, Linde und Xing. Eine Keynote von Sven Peters, von Atlassian und ein Open Space mit allen Teilnehmern. Agilität im Unternehmen wird der Schwerpunkt meines Vortrages sein. Dabei geht es mir einmal gerade nicht um agile Softwareentwicklung, sondern darum, wie mit flexiblen Prozessen die Effizienz im Unternehmen gesteigert werden kann und wie man mit Software von Atlassian solche Prozesse in allen Unternehmensbereichen bestmöglich unterstützen kann. Ich freue mich auf eine spannende Veranstaltung und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen auf dem Confluence und Jira Community Day am 20. September 2012 in Frankfurt am Main. Vielen Dank. Vielen Dank.